Ja, hallo, ich bin René von der Schießstelle Becker und wollen über die Schießen gehen und zwar mit einer Waffe, die der eine oder andere vielleicht kennt oder vielleicht schon geschossen hat. Naja, wahrscheinlich eher nicht. Sieht aus tatsächlich wie so eine P38, P1, der eine kennt es vielleicht von der Bundeswehr noch, Kaliber 9mm, aber das ist eine AERMA 882 als Kleinkaliberpistole ist das. Sieht aber tatsächlich so aus, nachempfunden, der P1, P38. Wirklich sehr, sehr schön, macht unheimlich Spaß, schießt sich gut als Kleinkaliberwaffe, aber seht selbst, bis gleich auf der Schießbahn. Ja, wenn ihr Lust habt, hier mal mit so einer AERMA 882 oder mit einer ganz anderen Waffe zu schießen. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen, euch bei entsprechenden Schnupperschießen bei uns bei der Schießschule Becker begrüßen zu dürfen. Seid ihr angehende Sportschützen, euch fehlt noch die Waffensachkunde für Sportschützen, dann bucht einfach einen Kurs mit entsprechender Prüfung bei uns bei der Schießschule Becker. Seid ihr Waffenbesitzer schon, Legalwaffenbesitzer, habt eine Waffenbesitzkarte oder einen Jagdschein, dann könnt ihr natürlich damit auch erlaubnispflichtige Waffen bei uns über den Waffenhandel Becker sehr, sehr gerne erwerben. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao. 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 Ciao.